Hallo zusammen und schön, dass Sie mit dabei sind bei unserer heutigen Ausgabe Ländle TV der Tag. Wir sind auch heute wieder im Ländle unterwegs und zwar im Zuge von Lehre am Ball. Das Ballhighlight des Jahres findet ja am Samstag, am 22. November statt. Und heute freut es mich sehr, dass wir in Bludenz bei Getzner Textil zu Gast sein dürfen. Und ich darf zu Beginn gleich begrüßen den technischen Direktor Rolf Koppmann. Danke, dass Sie da sind. Danke. Getzner Textil für alle, die jetzt mit dem Namen alleine noch nicht allzu viel anfangen können. Kann man das Unternehmen in zwei, drei Sätzen beschreiben? Ja, also wir sind 1818 gegründet, sind heute noch ein reines Familienunternehmen. Unsere Kernkompetenzen sind in der Vermarktung von Afrikatamasten und modischen Hemdenstoffen. Wir sind derzeit dabei, ein drittes Standbein aufzubauen, die sogenannten Technics. Das sind ausgewählte technische Textilien. Wir beschäftigen derzeit am Standort knapp 700 Mitarbeiter in der ganzen Gruppe, knapp 1000 Mitarbeiter und prognostizieren für das Jahr 2015 etwa einen Umsatz von 200 Millionen. Also schon wirklich ein großes Unternehmen mit viel zukunftsträchtigen Visionen. Innovation ist ein großes Thema, wenn wir da ein bisschen auf die Lehrlinge eingehen. Lehre im Ball zum einen ist ein bisschen so eine Würdigung der Lehrlinge im Land und vor allem in der Industrie. Ich denke auch, wenn es um Innovation und Zukunft geht, spielt die Lehre eine große Rolle und hat einen hohen Stellenwert im Unternehmen, oder? Ja, durchaus. Wir setzen im Grunde genommen tatsächlich in allen Bereichen auf Lehrlingsauszubildende, männliche, weibliche Lehrlinge. Wir werden in 2015 sicherlich eine der modernsten Lehrwerkstätten für die Ausbildungsberufe Elektrotechnik und Metalltechnik haben. Also ganz klares Commitment, Facharbeiter eigentlich nur durch eigene Lehrausbildung. Und wir sind sehr froh, dass wir sowohl auf der Eigentümerseite als auch auf der Arbeitnehmendenvertreterseite da eine ganz klare Zielrichtung haben und wir wirklich an einem Strang ziehen. Ich glaube, das macht die Sache am Ende erfolgreich. Also ganz eine spannende Geschichte für die Jugend, vor allem auch in so einem Unternehmen dann tätig zu sein. Ich sage an dieser Stelle mal vielen Dank. Wir werden heute noch einiges sehen in unserer Sendung über die Lehre hier bei Getzene Textil. Jetzt geht es weiter mal mit den aktuellen Nachrichten des Tages. 50 Jahre Fussach-Affäre. Am 21. November 1964 kam es in Fussach zu einem Ereignis, welches immer noch in den Köpfen verankert ist. Die Vorarlberger Bevölkerung wehrte sich mit einem Massenprotest gegen die Taufe eines Schiffes. Im Lande wollte man den Namen Vorarlberg. Der zuständige Bundesminister entschied aber auf den Namen Karl Renner. Der Protest war dann auch erfolgreich. Noch heute fährt die Vorarlberg auf dem Bodensee. Zum 50-jährigen Jubiläum dieses Ereignisses produzierte Ländle TV in Kooperation mit den Vorarlberger Nachrichten eine Dokumentation. Mehr Informationen gibt es über die VN. Vorarlberger kämpft in Syrien. Ein 22-Jähriger aus dem Kleinwalsertal soll nach einem Bericht der Allgäuer Zeitung in Syrien gegen die IS kämpfen. Der junge Mann konnte laut seinen Aussagen nicht mehr zusehen und wollte etwas unternehmen. Der Sohn einer Tunesierin und eines Österreichers nannte sich im Interview mit der Zeitung Sam Fischer nach dem Hauptdarsteller eines Computerspiels. Wie man sieht und hört, sind wir immer noch unterwegs in Blutens bei Getzner Textil. Jetzt sind wir da angelangt, wo es richtig rund geht und zwar in der Lehrwerkstätte. Und bei mir ist jetzt die Perin. Perin, du hast die Leitung des Lehrlingswesens hier bei Getzner mal allgemein gefragt. Wie viele Lehrlinge habt ihr denn derzeit und wie läuft denn die Lehre bei euch so ab? Ja, derzeit haben wir 53 Lehrlinge in acht verschiedenen Lehrgerufen. Wir legen sehr viel Wert auf die fachliche Ausbildung. Und die Lehrlinge durchlaufen in ihrer Lehrzeit verschiedene Abteilungen. Und das ist auch wichtig, um die Prozesse im Unternehmen besser kennenzulernen. Ich selbst habe die Lehre bei uns hier absolviert und weiß, wie wichtig es ist, die verschiedenen Abteilungen zu besichtigen und natürlich auch hier mitzuarbeiten. Es ist ein breites Spektrum, wie man hört, an Möglichkeiten und Ausbildungen. Aber ich glaube auch zur fachlichen Ausbildung, die natürlich einen hohen Stellenwert hat, gehört auch die Weiterbildung und gewisse andere Möglichkeiten, sich eben weiter zu bewegen. Natürlich bieten wir auch sehr viele Seminare für unsere Lehrlinge an. Ob es Aktivitäten im Bereich Freizeit ist, wie zum Beispiel das Segelfliegen oder Persönlichkeitsentwickeln, die Seminare, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und es kommt bei den Lehrlingen auch sehr gut an. Und wer bei uns nicht traurig ist, der hält von uns den Führerschein finanziert. Ich persönlich finde es eine tolle Sache. Natürlich haben wir auch für unsere Lehrlinge, die Hilfe in der Schule benötigen, eine Lerntrainerin. Die motiviert unsere Jugendlichen und so erhalten sie auch in den Schulen bessere Noten. Getzner ist ja auch seit längerer Zeit schon ausgezeichneter Lehrbetrieb. Also das zeigt und beweist auch wirklich, dass man hier einiges für die Jugend tut, oder? Ja, absolut. Getzner ist seit vielen Jahren ein ausgezeichneter Lehrbetrieb. Und um den hohen Ausbildungsstandard zu gewährleisten, bilden sich unsere Ausbilder natürlich ständig weiter. Aber auch in unseren internen Ausbilder-Meetings werden Ideen entwickelt und natürlich auch umgesetzt. Das Tolle an dem Ganzen ist auch, dass wir alle am selben Strang ziehen und das finde ich wirklich sensationell. Also eine große Gemeinschaft von den Jugendlichen bis zu den älteren Mitarbeitern. Das klingt alles sehr super. Wir haben also einiges gelernt wieder und ich werde mich jetzt dann gleich einmal unter die Lehrlinge stürzen. Bis dahin gibt es jetzt die aktuellen Meldungen aus der Welt des Sports. Spitzenspiel am Samstag in der International League. Der EZ Lustenau bekommt es in der heimischen Rheinhalle mit Zell am See zu tun. Der Spielbeginn ist am Samstagabend um 19.30 Uhr. Die Highlights gibt es ab Dienstag im Landetv-Wochenmagazin zu sehen. Ja, ich bin jetzt hier beim Moritz angelangt im Labor bei Getzene Textil. Moritz, es sieht danach aus, als ob da was gefärbt wird. Oder was machst du denn genau? Genau, ich mache da gerade eine Stückfärbung. Das heißt, wir haben da eine Maschine, da kommt der Stoff durch und wirbt dann, ob welches Wunder, also roter Stoff, weil wir roten Farbstoff in die Maschine gegeben haben, unten rauskommen. Ah, wunderbar. Ja, also das ist, denke ich mal, ein Grundbestandteil deiner Lehre. Du bist ein Chemie-Labor-Techniker im zweiten Lehrjahr. Mal ganz allgemein gefragt, warum A diese Lehre und B bei Getzene? A diese Lehre, ich habe in der Schule schon im Chemieunterricht gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht. War sehr interessiert, hat auch notenmäßig dort gepasst. Und B, warum Getzene? Ja, Getzene bei mir in der Stadt. Ich wohne fünf Minuten von hier. Ich habe viel über Getzene gelesen. Ich habe auch ganz weit raus Familie bei Getzene, ein Gesellschafter. Und das hat mir gefallen, es hat mir Spaß gemacht, hat mich angesprochen und habe mich beworben. Habe es geschafft und jetzt arbeite ich hier. Das heißt, und du wirkst einmal so, dass die Arbeit auch wirklich Spaß macht, oder? Natürlich, also wir haben ein sehr gutes Team bei Getzene. Wir haben super Leute, solle Ausbilder. Und das macht sehr viel Spaß, ja. Also ich bin ganz begeistert. Lehrlingsball steht auch vor der Tür. Ich denke, auch für die Lehrlinge selber ist das schon wirklich was Besonderes. Natürlich, ja. Also das größte Ball im Land, tolle Ecke. Thomas Sarwitz, Züge und Sach, also auch bei uns die Abzeichnung für die ausgebildeten, ausgezeichneten Lehrlinge. Und ja, ich bin schon gespannt. Ich gehe an. Wird sicher ein Riesenspaß. Macht's gerade. Da wird auch ein bisschen gefeiert, oder? Ich denke schon, ich glaube. Ja, Moritz, dann wünsche ich dir in dem Fall viel Spaß, vor allem bei Lehrern im Ball und weiterhin viel Erfolg bei deiner Ausbildung und auch viel Freude bei den Ausbildern. Dankeschön. Danke. Wir haben jetzt wieder einiges gesehen. Jetzt haben wir auch gelernt, wie man einen Stoff färbt. Hierbei geht es mit Textilien blutend. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den Schlagzeilen von morgen aus den Fahlberger Nachrichten. Zum 50. Mal jährt sich am Freitag die Schiffstaufe von Fussach. Der Widerstand gegen die Namensgebung des Bodenseeschiffs galt als erster erfolgreicher Bürgerprotest der Zweiten Republik. Am Landesgericht Feldkirch ist ein Deutscher zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden, der mit Komplizen in Fussach einen Mann überfallen und ihm Drogen geraubt hatte. Und die aktuellen Pläne für die Riedstraße werden allseits eifrig diskutiert. Die Reaktionen reichen von Optimismus bis Skepsis. Ja, die Lehre hat in Vorarlberg einen hohen Stellenwert und so auch bei Getzner Textil hier in Bludenz. Wir haben einiges gesehen, einiges gelernt und freuen uns natürlich alle schon auf Lehre am Ball am Samstag, den 22. November. Im Bringen zur Festspielhaus und auch mit den Getzner Lehrlingen. Das war's von der heutigen Ausgabe LendeTV der Tag. Schön, dass Sie mit dabei waren und ich darf mich jetzt verabschieden. Tschüss. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Messepark. Beim Winter Zauberland gibt es für die kleinen Messeparkbesucher viel zu entdecken. Bis zum 6. Jänner 2015 im zweiten Obergeschoss. Heute Nacht werden die Wolkenfelder immer dünner und lockern mehr auf. In den Morgenstunden kann vor allem im Unterland Nebel oder Hochnebel entstehen. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 12 Grad. Der Samstag beginnt über dem Bodenseeraum mit Hochnebel mit Obergrenzen von 600 bis 800 Metern. Dieser kann zäh sein und sich tagsüber sogar bis in sonntere Rheintal ausbreiten. Abseits vom Nebel scheint bald die Sonne. Es wird recht mild mit Höchstwerten von bis zu 18 Grad. Auch am Sonntag bleibt es weitgehend trocken und besonders im Gebirge sehr mild. Die Temperaturen in den Tallagen hängen maßgeblich mit der Anzahl der Sonnenstunden zusammen. Wolken und Sonne bestimmen das Wetter auch am Montag. Möglicherweise ist auch Hochnebel wieder ein Thema. Im Gebirge bleibt es mild. Und am Dienstag ist es stark bewölkt bei Temperaturen von 7 bis 13 Grad. Und am Dienstag ist es stark bewölkt bei Temperaturen von 7 bis 13 Grad.